Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht, gegen Tabellenführer zu spielen. Es war eine starke Mannschaft. Wir können eigentlich erhobnetaublesen Platz verlassen. Es ist natürlich bitter, dass wir 2-1 verlieren. Aber im Grunde genommen haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben alles gelegen. Wir standen sehr, sehr schön unter Druck und der Gegner hat auch sehr früh Druck ausgeübt. Auch in der ersten Halbzeit bzw. in der zweiten Halbzeit. Wir haben ein bisschen zu wenig Entlastung gehabt. Wir haben unsere Nahlstiche gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Aber gut, so ist das dann im Fußball nachher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.